Der gewünschte Gesprächspartner antwortet nicht. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Läuft echt gut. Hallo? Hallo? Bist du der Marco? Ja. Hier ist die Eintracht Frankfurt. Mein Name ist Peter Fischer, Marco. Ja, hallo? Hallo, hier ist der Peter Fischer. Bist du die Martina? Ja. Martina, Peter Fischer von Eintracht Frankfurt. Ui, von Eintracht Frankfurt. Okay, hallo? Ui, ui. Martina, was machst du am 3.6.? Weißt du das? Ja, ich würde gerne nach Berlin. Du würdest gerne nach Berlin? Das hört sich doch schon mal gut an. Hallo? Hallo Daniel? Ja? Hier ist die Eintracht Frankfurt und mein Name ist Peter Fischer. Ah, hallo? Ah, hallo? Daniel, was meinst du, warum ich dich anrufe? Gerade dich. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, übrigens, dich zu erreichen. Äh, keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Marco, du hast gewonnen, du fährst nach Berlin. Bist du dir das bewusstlos? Nein. Aber weißt du was? Du hast einen so unglaublich lieben und großzügigen Präsidenten, der schickt dich nach Berlin. Findest du das okay? Ja. Martina, du hast an einem Gewinnspiel teilgenommen und du hast die beiden Tickets gewonnen für Berlin. Das glaub ich dir nicht. Das glaubst du mir nicht. Das ist ja der Hammer. Wie krass ist das denn? Das ist, das, das, das. Ja, geil. Daniel, was machst du nur am 3.6.? Hast du eine Idee? Äh, da gucke ich das Einfachspiel. Pass auf, ich muss dir das leider verbieten. Du darfst leider kein Fernsehen gucken, weil du fährst mit jemandem nach Berlin und unterstützt uns volle, volle Kanne. Oh, mein lieber Mann, ich glaub das gerade gar nicht. Also, ich glaub, ich träume. Darfst du, darfst du. Darfst du weiter träumen? Vielen Dank, Peter. Ey, ich glaub das nicht. Kommst du jetzt langsam so ein bisschen zu dir? Markus, soll ich dir den Puls füllen? Ich bin ein bisschen spraglos. All right. Okay, wir schicken die Karten jetzt raus. Martina, ich danke dir dafür. Ich freu mich, dass wir dir wirklich genau die richtige Eintracht-Familie getroffen haben. Das tut auf mir gut. Super, ich freu mich. Das ist ja wahnsinnig. Prima. Marco, dann mach's gut. Tschüss. Ja. Trink jetzt irgendwie ein, lass die Korken knacken und freu dich da drauf. Geiles Wochenende in Berlin. Und immer dran denken, Samstag 15 Uhr, Breitscheidplatz. Großes Fanfest. Da hörst du meine Stimme dann auch noch mal. Und dann kommst du mal zu mir, dass ich dich dann sehe. Auge im Auge, wer du bist. Mach ich auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, Peter. Prima. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.